Die NDR-Journalistin Anja Reschke ist in Hamburg mit dem Hans-Joachim Friedrichspreis für Fernsehjournalismus geehrt worden. Sie erhalte die Auszeichnung für ihre Überzeugungskraft und investigative Berichterstattung, so die Jury. Als Moderatorin der Magazine Panorama und Zapp zeige Reschke Haltung ohne Arroganz und Stehvermögen ohne Sturheit. Der Preis wird zur Erinnerung an den 1995 verstorbenen Tagesthemen-Moderator Hans-Joachim Friedrichs verliehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017